Sie möchten als Arbeitnehmer Ihren Arbeitsvertrag kündigen oder haben Sie eine Kündigung erhalten und möchten sich dagegen wehren? Egal ob es sich um die sorgfältige Überprüfung Ihres Arbeitsvertrags, die Durchsetzung Ihres Anspruchs auf ein Arbeitszeugnis oder um Ihre Rechte und Pflichten bei Mutterschutz und Elternzeit geht. Das Arbeitsrecht birgt viele Facetten speziell für Arbeitnehmer. Als Arbeitnehmer können Sie zum Beispiel zum 15. des Monats oder auch zum Ende des Kalendermonats kündigen. Haben Sie hingegen von Ihrem Arbeitgeber ein Kündigungsschreiben erhalten, sollten Sie es unbedingt anwaltlich überprüfen lassen. Sie können innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung gerichtlich dagegen vorgehen. Auch bei vielen weiteren Themen kann ein kompetenter Anwalt Sie zu Ihren Rechten als Arbeitnehmer gut beraten. Dazu gehören zum Beispiel Arbeitszeiten, Urlaubsanspruch und Überstunden, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz, Lohn und Gehälter, Krankheit und betriebliches Eingliederungsmanagement BEM. Einen passenden Anwalt finden Sie einfach auf anwalt.de. Anwalt.de. Wir machen Rechtsberatung einfach.